Vor einem guten halben Jahr haben Corbi und ich uns verabredet. Auf ne Art. Also er meinte so, er mag meine Videos, ich seine und ich fand den eh schon immer sympathisch. Ja, dann lass doch mal was zusammen machen. Ich meinte dann, ja dann stell doch schon mal ein Bier kalt. Er so, ja oder halt ne Paulaner Spezi. Bald ist auch Sölden Opening, also wenn du willst, dann komm vorbei. Und ich halt so, ja man klar. Also auf jeden Fall war es jetzt soweit. Heute würde ich also endlich mit Corbini und Engsler Fahrrad fahren gehen. Also mal im Ernst Leute, ihr kennt Corbi eh und wenn nicht, dann solltet ihr auf jeden Fall mal sein Insta und YouTube abchecken, nachdem ihr dieses Video geschaut habt natürlich. Außerdem war noch Nikolaj mit am Start und wir haben dann beschlossen, einfach mal mit einem entspannten Run auf der Ebene zu starten. Vorne Corbi, dann ich und hinter mir Nikolaj. Vorne Corbi, dann geht's. Boah, Junge! Wie kannst du da so rausboosten? Wie ist das so krass, ey? Guten Tag! Ich sag's wie es ist, Leute. Ich bin die Ebener-Line jetzt echt schon ein paar Mal gefahren. Mal alleine, mal mit Leuten, mal zum Warmrollen. Und ich fand die schon immer spaßig. Aber so wie heute habe ich die Line echt noch nie erlebt. Und es lag vor allem an diesem Känguru auf zwei Rädern da vor mir. Und vielleicht ein bisschen an Nikolais Vorderreifen, der gefühlt immer so knappe zwei Millimeter von meinem Hinterreifen entfernt war. Also eigentlich war ich eingeklemmt. Und ich hatte dabei noch nie so viel Spaß auf einer blauen Flowline. Und jetzt werde ich euch auch gar nicht weiter vollquatschen. Denn wenn einer so Fahrrad fährt wie Corby, dann kann man sich auch einfach mal freuen und zugucken. Und deswegen gibt's heute auch die ganze Line am Stück. Ich weiß nicht, genau. Ich weiß nicht, genau. Und ich war das dann mal gleich. Ich weiß nicht, genau. Ich weiß nicht, genau. Ich weiß nicht, genau. Ich weiß nur noch mal, was ich nicht holen kann, Die Lüge ist bei allem in der Mitte des Steckens und bei der decke. Und dann ist mir leidig. Und dann geht's mir frei. Und dann ist ja auch mal gut. Und dann geht's mir gut. Was soll das machen? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.